Am 11.11.11 ist es soweit. Zum ersten Mal im deutschen Internet. Katrin Müller-Hohenstein packt aus. Ich hatte sowohl was mit Klopp, mit Kerner, jetzt mit Kahn. Ich hab die erlebt. Und das tue ich bis heute. Also das ist... Ich liebe sie. Das wird mir wahrscheinlich auch noch um die Ohren fliegen, dieses Interview. Die geheimen Tricks der wilden ZDF-Biene. Alles zu den heißen Gerüchten um die Sportstudio-Frau und Olli Kahn. Ihr habt es hier mit einer gestandenen Frau zu tun. Die zu fragen, wann sie sich jetzt endlich mal aussieht, ist einfach nur peinlich. Peinlich und doof. Ab 11.11. im Netz.